Einen wunderschönen guten Morgen an alle und zwar ist es heute wieder soweit. Heute Abend 20.30 Uhr, 33.00 Mkw Cup, geile Sache und ja, wir haben heute Freitag den 13.00, den 13.00 Dezember, das kann nur gut gehen. Und ja gut, Maskottchen, Knochenposer, hat das was zu sagen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist auch egal, weil für mich geht es hier sowieso um nichts. Ihr müsst euch anstrengen, ihr müsst gegeneinander kämpfen und ihr müsst hier versuchen auf Latein zu kommen, beziehungsweise die ersten zwei Runden zu überstehen, um ins Finale zu kommen. Und dabei heute Abend ist der Vincenity und außerdem dabei der J. Jack Ryder, Philipp Decker ist dabei, Chris Cross Gaming TV ist dabei, LP Film 99 ist dabei, True Bro Games aka Nicky ist dabei, Michael Decker ist dabei, der Org LP ist dabei, Florian Traa ist dabei Und natürlich der Blizzard ist dabei, bei dem ich mich nochmal bedanken möchte, dass er Werbung auf seinem Kanal gemacht hat, wegen dem großen MKW KJ Weihnachtsturnier und das findet ja nächste Woche statt und da könnt ihr euch noch gern bis Sonntag anmelden. Und bevor ich es vergesse, stimmt, der Fucky Kong 2001 LP ist heute Abend auch mit dabei, der fährt mit und ist im Quiz bei mir eingeladen. Knapp verfehlt, also drei Plätze zu spät, sich angemeldet haben der Luca Buschholz, der Passivmann MK und der Hamburger Brun. Das war's vom Wer's dabei Video hier und ich hol mir jetzt noch das schnellste Flugzeug im Spiel. Have fun, macht's gut, bis später und ciao! Musik 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 Musik